Sam Dillon und Rafi Raszek sind seit 2019 ein Paar. Die beiden Reality-Stars haben sich im Laufe der Jahre immer wieder gefunden. Aktuell sind sie gemeinsam im Sommerhaus der Stars zu sehen. In einem Interview mit Promiflash schwärmt Sam von seinem Partner. Das Schöne in unserer Beziehung ist, es wird nie langweilig, erzählt er begeistert. Er betont, wie schlimm er es findet, wenn Beziehungen eintönig werden. Am Ende, wenn es darauf ankommt, ist Rafi immer für mich da, fügt Sam hinzu. Obwohl sie sich manchmal streiten, bedeutet das nicht, dass sie sich nicht lieben. Nach dem Motto, was sich neckt, das liebt sich, verrät Sam weitere Details. Er macht auch hier alles. Ich hab ja keinen Függon-Führerschein. Er fährt mich überall hin, wo ich will, sagt er im Gespräch mit Promiflash. Er ist total liebenswert und hat eine weiche Seele, die man im Fernsehen nicht immer sieht, erklärt der 33-Jährige. Auch die Teilnahme am Sommerhaus hat ihre Beziehung nicht belastet. Im Gegenteil. Das Sommerhaus hat uns gestärkt, berichtet Sam. Wir wissen jetzt noch mehr, was wir an dem anderen haben, betont er. Wenn man genau hinschaut, merkt man, dass wir keine richtigen Streitereien haben, so Sam weiter. Wir necken uns. Das machen wir auch im Alltag. Das macht uns Spaß, erzählt er. Unsere Beziehung ist wahrscheinlich eine der stärksten im Sommerhaus, ist Sam überzeugt. Sam und Rafi zeigen, dass ihre Liebe allen Herausforderungen standhält. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie es für die beiden weitergeht. Vielen Dank.